Die Werkstatt, die ist heute außer Haus gegangen und zwar nach Naumburg ins Nietzsche-Dokumentationszentrum und das steht direkt gegenüber dem historischen Nietzsche-Haus am Naumburger Weingarten. Hier lebte Nietzsche mit seiner Familie, hier hat Nietzsche einen Guteil seiner Kindheit und Jugend verbracht und hier hat er noch einmal gegen Ende seines Lebens schon von Krankheit gezeichnet, ein paar Jahre bei seiner Mutter gelebt. Und hier im Weingarten 18 wurde auch das historische Nietzsche-Archiv gegründet von Elisabeth Förster Nietzsche, der berühmt-berüchtigten Schwester von Friedrich Nietzsche. Und das ist gewissermaßen auch der Ausgangspunkt für das Gespräch mit Philipp Felsch, der mir hier gegenüber sitzt. Schönen guten Abend, Herr Felsch. Philipp Felsch ist Historiker und Kulturwissenschaftler, seit 2018 Professor für Kulturgeschichte an der Berliner Humboldt-Universität und ein Spezialist für Entdeckungs- und Forschungsreisen. Welche sind denn da im Moment gerade dran? Das ist ein Thema, was mich in der Vergangenheit stärker beschäftigt hat. Ich habe mal eine, das war meine Dissertation über Alpenexpeditionen und habe später tatsächlich ein Buch über August Petermann aus Gotha geschrieben, einen Kathograf, der im 19. Jahrhundert ganz wichtig für die Nordpol-Expedition war. Aber das beschäftigt mich im Moment weniger, das steht eher im Hintergrund. Das ist eigentlich schade, denn ich finde, das sind auch sehr spannende Themen, die sich mit diesem Feld verbinden. Gut, aber es soll natürlich um das Nietzsche-Buch heute Abend gehen von Philipp Felsch. Ich wollte noch auf zwei andere Bücher aufmerksam machen, auf BRD Noir zusammen mit Frank Witzel und auf Der lange Sommer der Theorie, eine Geschichte der Theoriebegeisterung der westdeutschen Intellektuellen in der Nachkriegszeit. Ich bin Kathrin Wenzel und werde versuchen, uns heute Abend ein bisschen durch den philologischen Krimi von Philipp Felsch zu leiten. Wie Nietzsche aus der Kälte kam, so heißt das Buch. Und es ist in diesem Frühjahr im Beck-Verlag erschienen, im Münchner Beck-Verlag. Und es erzählt auch, muss man an dieser Stelle sagen, denn bei Weitem nicht nur, ein ganz abenteuerliches Stück DDR-Kulturgeschichte. Und zwar spannend wie ein Krimi. Und dass es sich möglicherweise tatsächlich um einen handeln könnte, darauf deutet ja schon der Titel hin, der sicherlich nicht nur mich an John Le Carré erinnert. Aber wer in der Geschichte, um die es jetzt eigentlich geht, ein Agent oder ein Agent-Provokateur sein könnte, das wird vielleicht am Ende unseres Gesprächs nochmal ein Thema sein. Zuallererst müssen Sie, Philipp Felsch, uns erzählen, was zwei italienische Kommunisten in die DDR geführt hat und was das alles mit Nietzsche zu tun hat. Aber lassen Sie uns das der Reihe nach angehen. Nietzsche war hier in Mitteldeutschland zu DDR-Zeiten eine Person, deren Name offiziell quasi überhaupt nicht genannt wurde. Eine Persona non grata, das ist ein Zustand, den kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Und dass das so war, das hing natürlich mit seinem Ruf zusammen. Aber was das für ein Ruf war, worauf der sich gründete, vielleicht können Sie dazu ein paar Worte sagen. Nietzsche galt nach dem Krieg nicht nur in den östlichen, auch in den westlichen Besatzungszonen als faschistischer Autor. Es war den Alliierten nicht entgangen, dass Hitler seinem Freund und Bundesgenossen Mussolini zu dessen 60. Geburtstag im Sommer 1943 eine 60-bändige in blaues Schweinsleder gebundene Nietzsche-Gesamtausgabe geschenkt hatte. Das stand damals in der Zeitung. Und das und andere Fingerzeige führten dazu, unter anderem, dass Nietzsche zum Beispiel in Nürnberg virtuell als einziger Philosoph sozusagen mit auf der Anklagebank saß. Also der französische Chefankläger François de Montand ging in seinem Plädoyer eben auch auf Nietzsche ein, als Ahne und Vorläufer der Nationalsozialisten. Und kanonisch wurde dann dieser Topos und auch dieser schlechte, miserable Ruf von Nietzsche im Osten, in Ostdeutschland durch Lukasch, Georg Lukasch, der Mitte der 50er Jahre in seinem Buch über die Zerstörung der Vernunft Nietzsches gesamtes Werk sozusagen ausbuchstabierte als Wegbereitung des Faschismus. Und zu dieser Zeit gab es in der DDR auch noch andere Nietzscheaner, Ernst Bloch zum Beispiel oder auch Hans Mayer in Leipzig, die also eine andere Nietzsche-Lesart hatten. In den 60er Jahren waren die aber dann im Westen. Und spätestens dann wurde zumindest in der offiziellen Kulturpolitik diese Lukasch-Lesart eigentlich kanonisch. Und es gab keine öffentliche Nietzsche-Debatte mehr. Alles, was über und um Nietzsche herum lief in dieser Zeit bis in die 80er Jahre, ist Akan, wenn überhaupt in privaten Zirkeln, von denen es sicher einige gegeben hat, abgelaufen, aber nicht auf der Bühne der Öffentlichkeit. Nun war es ja so, dass der Nietzsche-Nachlass ganz real in der DDR lag. Ich habe es ja eingangs schon gesagt, das Nietzsche-Archiv wurde hier in Warnburg gegründet. Es zog mit Elisabeth Förster Nietzsche nach Weimar in die Villa Silberblick. Und das alles spielte sich Ende des 19. Anfang des 20. Jahrhunderts ab. Nietzsches Schwester lebte bis 1935. Und dann, was passierte dann mit dem Nietzsche-Nachlass? Wem gehörte der dann? Und vor allem, wo war er und wo blieb er? Der Nietzsche-Nachlass blieb im Weimarer Nietzsche-Archiv, einer hoch angesehenen und finanziell gut ausgestatteten Kulturinstitution des Dritten Reiches. Auch nach dem Tod von Elisabeth Förster Nietzsche blieb er da. Und wer immer Einblick, Zugriff haben wollte auf diese Materialien, also diese Zehntausenden von Nietzsche beschriebenen Seiten, viele davon eben auch nicht publiziert, musste über das Weimarer Nietzsche-Archiv gehen, was das Monopol auf diesen Nachlass im Grunde hatte, auch nach dem Tod der Schwester Mitte der 30er Jahre. Es gab dann noch einen weiteren Archivdirektor, glaube ich. Und die Situation änderte sich dann 1945. Wie gesagt, also dass Hitler und vor allem auch Mussolini große Stücke auf Nietzsche hielten, war den Sowjets nicht entgangen. Und deswegen haben sie noch im Oktober 1945, glaube ich, das Archiv dichtgemacht und versiegelt. Und dann folgt eine ziemlich abenteuerliche Episode in der Geschichte dieses Materials. Es gab diese sowjetischen Trophäenkommissionen, die besetzten ostdeutschen Gebiete mehr oder weniger systematisch durchkämpften nach interessantem Kulturgut, das man gerne nach Moskau transportieren hätte können. Das ist auch mit diesem Nietzsche-Nachlass passiert. Ich glaube, in mehr als 100 großen Holzkisten verpackt, wurde dieses Material 1946 auf LKWs verladen und hätte eigentlich nach Russland, nach Moskau wahrscheinlich gebracht werden sollen. Dann gibt es eine etwas undurchsichtige Intervention. Da spielt der thüringische Landespräsident eine Rolle, wie den es damals schon gab. Es spielt ein ehemaliger Archivmitarbeiter, auf den wir noch zu sprechen kommen werden, Karl Schlechter, eine Rolle. Auf jeden Fall haben die interveniert, was dazu führte, dass die Sachen dann Hals über Kopf doch wieder von diesem LKW runtergenommen worden waren. Und dann gibt es diese Situation, wir sind ja immer noch in Weimar, dass da also der gesamte Nietzsche-Nachlass in diesen 110 großen Holzkisten verpackt, mehrere Tage lang bewacht von Rotarmisten vor der Villa Silberblick steht und keiner weiß, was jetzt mit diesem Zeug passieren soll. Und dann hat man ihn zunächst einmal in der Villa zwischengelagert und später dann dem ja existierenden Weimarer Goethe und Schiller Archiv eingegliedert, wo dann im Laufe der 50er Jahre dieser Nachlass zugänglich gemacht wurde. Und dann, und das ist eben auch wirklich für die Nietzsche-Überlieferung, die ja nicht nur eine philologische, sondern wirklich auch eine in die Interpretation und in die Lesart von Nietzsche eingreifende Bedeutung hat, erst dann, ich denke, da werden wir auch gleich noch zwei oder drei Worte zu verlieren, erst dann gibt es so etwas wie eine allgemeine öffentliche Zugänglichkeit von diesem Nachlass. Weil bis vorher, also auf jeden Fall bis 1945, saß eben Nietzsches Schwester, beziehungsweise die von ihr geschaffene Institution, das Nietzsche-Archiv, auf diesem Material. Das ist alles sehr interessant, sehr interessante Details, aber keines davon erklärt eigentlich, wieso ausgerechnet zwei italienische Kommunisten, der Philosoph Giorgio Colli und der Germanist Marzino Montinari, sich ausgerechnet anfangen, für diesen Nietzsche-Nachlass zu interessieren. Wie kamen die beiden dazu überhaupt? Da sind wir ja noch lange nicht in Weimar. Ja, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich nicht verplaudere. Diese Geschichte erzählt das Buch. Und ich habe mich natürlich, und es mag auch dem einen oder der anderen von Ihnen so gegangen sein, schon in meinem Philosophie-Studium darüber gewundert, dass diese bis heute ja einschlägige und im Grunde auch kanonische Nietzsche-Ausgabe, meistens hat man sie, ist man ihr im DTV-Verlag erschienenen Studienausgabe, in zehn Wänden, die gibt es in verschiedenen Farben begegnet, dass die nun von zwei Italienern, über die man eigentlich nichts wusste, ediert worden war. Also diesen Höhenkamm-Autor, dieses Monument der deutschen Kulturgeschichte Nietzsche, ediert von zwei Italienern. Ich bin dann durch Zufall auf diese Geschichte sehr viel später wieder gestoßen, darüber sprechen wir vielleicht noch. Colli und Montinari sind nicht nur ein eigenartiges Gespann, weil sie Italiener sind in diesem Kontext, sondern weil Colli der zwölf Jahre ältere Philosophie-Lehrer von Montinari war. Die haben sich kennengelernt 1943, just in diesem Sommer, wo Hitler Mussolini die Nietzsche-Ausgabe schenkt. Da kommt Colli nämlich nach Lucca, in diese toskanische Kleinstadt, eigentlich ungefähr so groß wie Naumburg, würde ich schätzen, um dort am Machiavelli-Gymnasium Philosophie zu unterrichten. Und zu seinen Schülern gehört der zwölf Jahre jüngere, damals 14-jährige Montinari. Die haben dann einen, ich glaube, wir lesen auch noch eine kleine Passage, aus diesem Bereich, insofern will ich jetzt nicht alles vorwegnehmen, die haben dann einen antifaschistischen Lesezirkel in dieser Zeit. Nietzsche, einer der wichtigsten Autoren. Also Nietzsche ist für die beiden ein dezidiert antifaschistischer linker Autor von Anfang an immer schon gewesen. Und dann gibt es eine Geschichte, die über verschiedene Stationen verläuft. Colli wird so eine Art Privatgelehrter nach dem Krieg. Montinari tritt in die KPI, also die Kommunistische Partei Italiens, ein. Und in den späten 50er Jahren begegnen sie sich dann wieder. Und just in dieser Zeit ist auf einmal die Frage nach der Nietzsche-Überlieferung virulent. Und dann bietet sich die Gelegenheit, für die beiden Protagonisten meines Buches, Colli und Montinari, vor Ort also eine Neuedition zu machen. Das ist jetzt vielleicht der Moment, wo Sie eine der beiden Textpassagen lesen? Wir sind in Lucca im Sommer 1943 und dieses Kapitel am Anfang des Buches heißt Die Auserwählten. Im Herbst 1942, als Lehrer für Philosophie und Griechisch ans Machiavelli-Gymnasium nach Lucca gekommen, hatte Giorgio Colli nicht lange gebraucht, um einen Kreis von Anhängern um sich zu scharen. Zu Beginn des Schuljahres hatte er die Schüler mit der Behauptung überrascht, es komme in der Philosophie weder darauf an, mit abstrakten Begriffen zu jonglieren, noch die Gedankensysteme der Klassiker auswendig zu lernen. Und wie zum Beweis für diese Überzeugung legte er eine aufreizende Nonchalance gegenüber dem offiziellen Lehrplan an den Tag. Man muss wissen, dass der Philosophieunterricht unter Mussolini, der selbst philosophische Interessen hatte, in Italien extrem aufgewertet worden ist. Und entgegen der weit verbreiteten, bis heute weit verbreiteten Überzeugung, dass Nietzsche so der Leib- und Magenautor des älteren Mussolini selbst gewesen sei und dementsprechend auch eine große Rolle gespielt hatte, las man im Philosophieunterricht in den faschistischen Schulen vor allem Hegel. Und Nietzsche war natürlich immer schon ein großer Gegner von Hegel gewesen. Und Colli ist an Hegel überhaupt nicht interessiert, sondern an Nietzsche und an den alten Griechen. In ihren Anfängen bei den Griechen erklärte Colli seinen Schülern, sei die Philosophie eine Reflexion über das richtige Leben gewesen. In ihrer Hybris, die Gesetze der Geschichte durchschauen zu können, hätten sich die modernen Philosophen dagegen von diesem Erbe abgewandt. Es sei an der Zeit, das Denken zu seiner alten praktischen Bestimmung zurückzuführen. Wie sollen wir leben, fragt Colli, lässt die Stimme im Klassenzimmer wirken und sieht die Schüler durch seine dicken Brillengläser an. Luigi Imbasciati, der zu den mittelmäßigen Schülern gehörte, erinnert sich, er kam mir nicht wie einer von den anderen Lehrern, sondern wie ein großer Intellektueller vor. Dieser Eindruck dürfte durch die Tatsache verstärkt worden sein, dass Colli sich nicht darum scherte, die Klasse beim Stand ihrer Kenntnisse abzuholen. Von Anfang an richtet sich sein Interesse vor allem auf Einzelne, für seine Ideen besonders Empfängliche, mit denen er sich nach der Schule verabredet. Spaziergänge auf den Mauern von Luca, Gespräche über Philosophie, Musik und erste Liebeserfahrungen, gemeinsame Sitzungen, die sich bis in den Abend ziehen. Für seine Auserwählten, wie sie bald genannt werden, öffnet sich durch Begegnung mit dem kaum mehr als zehn Jahre Älteren eine neue Welt. Colli verheißt ein höheres dionysisches Wissen, das nur Eingeweihten zugänglich ist. Was das bedeutet, darüber müssen schon die Mitschüler gerätselt haben, denn sich auf Andeutungen zu beschränken und eine vielsagende Verschwiegenheit zu kultivieren, macht, wie in inspirierten Gemeinschaften üblich, den halben Reiz der Sache aus. Zu Collis Lieblingsreferenzen gehört Platons sogenannter siebter Brief, in dem der Philosoph davor gewarnt hatte, die Wahrheit aufzuschreiben, um sie vor vulgären Missverständnissen zu schützen. Auch Colli selbst betrachtet Bücher als eine Art Erkenntnishindernis. Der erste Schritt seiner Initiation besteht in der Einsicht in die Mangelhaftigkeit der, wie er sagt, toten Zeichen, die unweigerliche Verfälschung und Mumifizierung, denen jede echte Erkenntnis im Zuge ihrer Verschriftlichung ausgesetzt sei. Man würde kaum vermuten, dass er für diese Ansicht, abgesehen von Platon, ausgerechnet den Vielschreiber Nietzsche ins Feld führt, der sich in seinen Briefen laufend über die Qualität seiner Tinte und seiner Federn auslässt. In der Literatenexistenz, die Nietzsche nach dem Ende seiner akademischen Karriere geführt hatte, offenbart sich für Colli aber ein tragischer Selbstwiderspruch. Als erleuchteter, ja tief religiöser Denker habe Nietzsche um die Vergeblichkeit seiner schriftstellerischen Ambitionen gewusst. Das Beste und Wesentliche lässt sich nur von Mensch zu Mensch mitteilen. Es kann und soll nicht public sein, heißt es in einem Brief von Nietzsche an seinen Freund Franz Overbeck. Solche Sätze sprechen Colli aus der Seele. Die Wahrheit erklärt er, gehe nur aus dem lebendigen Gespräch einer Gruppe von Menschen hervor. Wenn man die Weisheit zum Ziel hat, erklärt er, kann man alle Bücher wegwerfen. Kein Wunder, dass er seinen Schülern nicht wie ein gewöhnlicher Lehrer vorkommt. Jetzt lese ich noch ein bisschen weiter, weil wir auch den zweiten Protagonisten noch kennenlernen wollen, den Schüler Montinari nämlich. Carissimo Pedagogo, liebster Pädagoge, beginnen die Briefe, die Marzino Montinari zwischen Herbst 1943 und Frühjahr 1944 an Colli schreibt, wenn der Lehrer sich bei seiner Familie in Piedmont in Turin aufhält, was immer wieder vorkommt in dieser Zeit. Italien ist in dieser Zeit im Krieg. Deutsche Truppen haben Italien besetzt. Es gibt Bombardierungen von alliierter Seite. Das ist sozusagen die Situation. Es sind die Briefe eines 15-Jährigen, der keinen Hehl aus seinen starken Gefühlen macht. Wie ich wünsche, dass du hier wärst. Komm, komm zurück nach Lucca. Ich denke jeden Tag mindestens vier oder fünf Mal an dich. Soweit der Grundton dieser leider nur einseitig überlieferten Korrespondenz. Von spielerischer Koketterie bis zu offen eingestandener Sehnsucht zieht Montinari alle Register. Mal fürchtet er, der Lehrer könne den Bombardierungen von Turin zum Opfer gefallen sein, mal verfolgt ihn die Idee, Colli habe sich in seiner Heimatstadt einen anderen Lieblingsschüler zugelegt. Sieh dich vor, schreibt er, ich wäre furchtbar eifersüchtig und nachtragend, aber ich bin mir sicher, dass das nicht wahr ist und verscheuche diesen hässlichen Gedanken. In Reminiszenzen an Montinari ist oft von seiner Radikalität die Rede. Bei einem Gelehrten, der sein halbes Leben damit verbrachte, einen Nachlass zu entziffern, und der friedlich zwischen seinen Büchern starb, ist nicht auf Anhieb einzusehen, was das bedeuten soll. Man muss Montinaris Briefe lesen, wenn man dem Enthusiasmus auf die Spur kommen will, der seiner Philologie zugrunde liegt. Seine ehemaligen Mitschüler erinnern sich an seine Religiosität, seinen moralischen Rigorismus und sein Sinnbedürfnis, das ihn innerhalb weniger Jahre ein Sammelsurium von Weltanschauungen, vom Atheismus über religiöse Krisen bis zum Kommunismus ausprobieren lässt. Bevor er Colli kennenlernte, hatte er mit dem Gedanken gespielt, zu den Dominikanern zu gehen, doch der neue Lehrer lenkt seine existenzielle Suche in eine neue Bahn. In einem Brief vom Dezember 1943 kommt Montinari auf eine erst kurz zurückliegende Nacht zu sprechen, in der sie, also die beiden, besessen von Dionysos, wie er schreibt, Seite an Seite unter einem blauen Licht gesessen hätten, während das matte Licht seines katholischen Glaubens erloschen sei. Wie auch immer man sich die Szene vorzustellen hat, offenbar gelingt es Colli, einen Konvertiten für seine griechischen Götter zu gewinnen. In einem Brief an seine Frau kommentiert er, also der Lehrer, das Ergebnis aus seiner Sicht. Mazzino enttäuscht mich nicht. Es ist mir schon gelungen, ihn von der Idee abzubringen, er wäre zum Mönch berufen. Ich habe ihm das Dionysische beigebracht, jetzt befindet er sich in der enthusiastischen Phase. Was keine Übertreibung darstellt, den Erinnerungen seiner Freunde zufolge zelebriert Montinari seinen neuen Glauben an die Griechen und an Nietzsche, indem er ein Kruzifix auf beiden Seiten in der Pfanne brät. Es ist doch erstaunlich, wie diese beiden Namen, die vielleicht den Nietzsche-Experten wie Öl über die Lippen gleiten, plötzlich Gestalt gewinnen. Vielen Dank, Philipp Felsch. Das war eine Passage aus seinem Buch, wie Nietzsche aus der Kälte kam. Wenn man sich jetzt am zeitlichen Geländer weiter vorwärts bewegt, kommt man zwangsläufig natürlich zu der Frage, wie Colli und Montinari überhaupt in die DDR gekommen sind. Wie sind die Kontakte zur DDR-Kulturpolitik und zu den nationalen Forschungs- und Gedenkstätten der klassischen deutschen Literatur, wie die Klassikstiftung Weimar damals hieß? Wie sind die denn überhaupt entstanden? Wie kam das? Also es kommt mir immer noch verrückt vor. Ja, da müssen wir jetzt in die Nachkriegszeit gehen. Also dieser Zirkel der Auserwählten, obwohl Colli als guter von deutschen Autoren, unter anderem von Nietzsche und auch von Schopenhauer inspirierter Gräkophila eigentlich nur Verachtung für das Politische übrig hat, politisieren sich seine Schüler und gehen auch eigentlich alle, also es ist ja ein kleiner Kreis von vielleicht zehn Leuten, in den Widerstand auf verschiedenen Ebenen. Auch Montinari zettelt so eine Schülerdemonstration an gegen die deutschen Besatzungstruppen, muss dann irgendwie sich in Luckeim auf dem Dachboden des Theaters und so weiter verstecken. Also abenteuerliche Verwicklung, Colli selbst muss Italien verlassen und geht dann in die Schweiz, wo er das letzte Kriegsjahr im Exil verbringt. Nach dem Krieg geht Montinari an die Scuola Normale in Pisa, die italienische Elitehochschule, wo die Kommunistische Partei sehr stark ist und wird dann auch Mitglied sehr schnell. Weil die PCI, die Kommunistische Partei Italiens, ist vielleicht, könnte man sagen, die glamouröseste kommunistische Partei in Westeuropa in dieser Zeit, also mit einem enormen Appeal gerade für Intellektuelle. Tolliatti, der Parteichef, Palmiro Tolliatti, der selbst wiederum von Antonio Gramsci inspiriert ist, stellt also die Kulturpolitik ins Zentrum und Intellektuelle werden überall gebraucht, um also die Botschaft des Kommunismus zu verbreiten. Insofern sehr verständlich. Es gibt auch wirklich Berührungen mit avantgardistischer Literatur und Kultur. Ein sehr intellektuell interessantes und anregendes Milieu. Montinari wird also Kulturfunktionär im PCI. Und da er sich eben durch diese frühe Prägung von Giorgio Colli besonders für deutschsprachige Philosophen und Literaten interessiert, später wird er ja dann auch tatsächlich noch Germanistikprofessor, also sehr viel später, erst in den 70er Jahren, wird er Übersetzer. Es gibt ein großes Bedürfnis, gerade eben auch marxistische Literatur ins Italienische zu übersetzen. Es gibt ja bekanntlich also da sehr viel deutsches, deutschsprachiges Material. Montinarius Übersetzer in Rom und dann 1957 eröffnet er, wird der Gründungsdirektor des Centro Thomas Mann, also ein von Ost-Berlin finanziertes Kulturinstitut in Rom. Also die beiden deutschen Teilstaaten betteln sich, wenn man so will, auf italienischem Boden um kulturelle Vorherrschaft. Die Bundesrepublik macht das Goethe-Institut auf und die DDR finanziert dieses Centro Thomas Mann, was am Anfang sehr viel erfolgreicher ist, weil die Italiener eben einfach ein großes, eher an linken Themen interessiertes Publikum haben. Naja, und dann gibt es aber eben auch das Jahr 1956 und den Aufstand in Ungarn, der ja für viele auch westeuropäische Intellektuelle, linksintellektuelle und Kommunisten eine tiefe Zäsur darstellt, so auch für Montinari, der schon länger, wir haben ja kennengelernt, er ist wirklich ein Sinnsucher, also ob er jetzt zu den Dominikanern will oder eben dieser grekophilen, liceanischen Religionen anhängt oder Kommunist ist, er ist permanent auf der Suche und 1956 fängt er also zu zweifeln an, zumindest an der offiziellen Parteilinie, er bleibt in gewisser Weise bis an sein Lebensende, ein Kommunist, ein Euro-Kommunist ist er dann später, aber er geht auf Distanz zur Partei. Kolli hat er völlig aus den Augen verloren. Das ist ein Privatgelehrter, der also in seiner grekophilen Fantasiewelt lebt. 1957 treffen sie sich aber wieder und 1957 ist auf einmal die Frage der Nietzsche-Überlieferung in Deutschland relevant. Und da Kolli und auch Montinari in seiner Funktion als Kulturfunktionär immer ein sehr waches Auge auf den deutschen Markt sozusagen haben, kann denen das nicht entgehen und dann entsteht die Idee einer Nietzsche-Edition. Und jetzt antworte ich eigentlich erst auf Ihre Frage, warum gehen die dann nach Weimar, warum sind nicht irgendwelche westdeutschen Nietzscheaner nach Weimar gegangen? Also DDR-Bürger hätte man sicherlich nicht ins Archiv gelassen. Ganz sicher nicht. Und die Nari ist ja jahrelang dort, da taucht kein einziger DDR-ostdeutscher Forscher in diesem Archiv auf. Westdeutsche auch nicht so viele. Es sind dann Japaner schon relativ früh da und Leute aus aller Herren Länder. Bei Westdeutschen gibt es natürlich auch ein Misstrauen. Also einem Martin Heidegger hätte man jetzt, glaube ich, auch nicht unbedingt die Tore geöffnet, der sich ja sehr für Nietzsche interessierte. Karl Schlechter will gar nicht in die DDR. Es gibt also unter den westdeutschen Nietzscheanern einen ganz ausgeprägten Antikommunismus, zum Beispiel bei Heidegger. Und insofern gibt es sozusagen eine Situation des wechselseitigen Boykotts. Und in dieser Situation sind Colli und Montinari in der Pole Position, wenn man so will. Montinari ist schon als Kulturfunktionär in den frühen 50er-Jahren immer mal wieder in die DDR geschickt worden. Er hat zum Beispiel auch das Jahr 53, also den Aufstand in Berlin, miterlebt vor Ort und hat seit dieser Zeit sehr, sehr gute Kontakte in die Kulturbürokratie der DDR. Deswegen ist er auch Gründungsdirektor des Centro Thomas Mann. Und dann ist es ein leichtes, also Zugang zum Archiv zu halten. Und deswegen fährt er dann im Spätsommer, im Sommer 61, also wenige Wochen vor Mauerbau, zum ersten Mal nach Weimar und wirft zum ersten Mal in seinem Leben einen Blick auf eine von Nietzsche selbst beschriebene Seite Papier. Also am Anfang sind das, wenn ich jetzt mich richtig an die Lektüre erinnere, ja tatsächlich so punktuelle Besuche. Aber irgendwann kommt es ja dann tatsächlich dazu, dass Montinari nach Weimar geht, sich da niederlässt, seine Zelte aufschlägt, in die Villa Silberblick quasi einzieht. Und was hat er sich vorgenommen in dem Archiv? War ihm das klar, worauf er sich einlässt? Das Ganze hat so ein bisschen auch so eine Zauberbergstruktur. Montinari will eigentlich nur für zwei Wochen nach Weimar, so wie der Protagonist von Thomas Mann, Hans Castorp. Die beiden wollen ja erst mal auch nur eine italienische Übersetzung machen. Nun muss man dazu sagen, dass ab 1956 eine neue Nietzsche-Edition erscheint von dem bereits erwähnten Karl Schlechter, einem ehemaligen Mitarbeiter des Archivs, der aber ein vehementer Antikommunist ist und deswegen auch nicht etwa auf die Idee gekommen wäre, beim Weimarer Archiv anzufragen, um vor Ort also sich mit diesem Nachlass noch mal zu beschäftigen. Der konzentriert sich auf das Material, was er selber mitgenommen hat, auf dem er selber noch sitzt. Er war ja viele Jahre in Weimar. Und diese Ausgabe, diese dreibändige Nietzsche-Ausgabe von Schlechter, die bis heute auch zirkuliert und recht viel genutzt wird und auch gar nicht schlecht ist, die macht insofern Furore, als sie einen editorischen Nachbericht enthält, der zum ersten Mal die ganze Editionsgeschichte des Nietzsche-Archivs und der Schwester von Nietzsche aufrollt. Und Schlechter kommt zu dem Fazit, dass das posthum publizierte Material manipuliert worden ist, dass Elisabeth Förster Nietzsche Briefe gefälscht hat und dass eben vor allem das von ihr edierte posthume Hauptwerk, was also in der frühen Nietzsche-Rezeption eine ganz große Rolle spielt, der Wille zur Macht, dass das tatsächlich eher ein Produkt nicht von Nietzsche selbst, sondern von seiner Schwester ist und eben auch Manipulationen und Eingriffe erhält. Und damit steht natürlich dann die Frage einer neuen Nietzsche-Edition im Raum. Es gibt dann sozusagen zwei Gerüchte, die diesen Autor umgeben. Das eine ist eben dieser Glaube, Nietzsche wäre wirklich ein Nationalsozialist gewesen. Und das andere ist aber das Gerücht, ob wir möglicherweise den echten Nietzsche gar nicht kennen, weil wir nämlich nur mit den Editionen der Schwester gearbeitet haben, die selbst eine glühende Nationalsozialistin gewesen ist. Dadurch wird dieser Anreiz geschaffen, möglicherweise eine neue Edition zu machen. Und in dieser Situation fällt Montinari nach Weimar. Eigentlich möchte er nur zwei Wochen bleiben und sich das Material ansehen, aber dann gibt es wirklich so eine Epiphanie, die er erlebt, also im Angesicht des von Nietzsche selbst beschrifteten Materials. Und es werden ja insgesamt ungefähr zehn Jahre draus. Philologische Kernerarbeit, das ist das, worum es für Montinari in den nächsten Jahren gehen wird. Und das führt zu der nächsten Lesepassage. Und die führt uns, glaube ich, an den spannendsten Ort der Geistesgeschichte ins Archiv. Philipp Felsch. Also Montinari erliegt tatsächlich den Verlockungen des Archivs mit allen voren Nachteilen, wie Sie jetzt gleich feststellen werden. Lieber Giorgio, schreibt er also 1961 aus Weimar, zunächst etwas Persönliches, ein Brief von Montinari an Colli. Dieses Buch basiert ganz wesentlich auf dieser Korrespondenz zwischen den beiden, die sich also über 30 Jahre, ab Sommer 43, da hatte ich schon einige Passagen vorgelesen, bis in die 70er Jahre, bis zu Collis Tod erstreckt und eine hochgradig faszinierende Quelle ist. Lieber Giorgio, zunächst etwas Persönliches. Ich bin in der Villa von Nietzsche untergebracht. Kann es gar nicht glauben. Von da schreibe ich dir jetzt. Ich habe ein herrliches Zimmer mit Veranda und Blick auf Weimar und in den Garten, in dem der kranke Nietzsche spazieren gegangen sein muss. Es ist sehr still hier. Die Villa ist im Bayreuther Stil gebaut, auf einer Anhöhe etwas außerhalb von Weimar. Sie ist der ideale Ort zum Arbeiten. Ich war auf eine ganz eigene, unaussprechliche Weise bewegt, als ich zum ersten Mal ein Manuskript von Nietzsche in den Händen hatte und noch einmal, als ich die Schwelle dieses Hauses überschritt. Es macht nichts, dass alles, was mit Nietzsche zu tun hat, verschwunden ist. Der Ort ist trotzdem heilig. Diese Reise nach Weimar ist vielleicht das wichtigste Ereignis meines Lebens. So lautet der erste der unzähligen Briefe, die Montinari in den folgenden Jahren aus Weimar an Collie schreibt. Zwar hat er damals kein Kruzifix gebraten und auch kein Exemplar des Willens zur Macht verbrannt. Von all seinen Erweckungserlebnissen nimmt sich dieses aber trotzdem am folgenreichsten aus. Für seinen Ausflug in die DDR hatte er eigentlich nur zwei Wochen eingeplant, doch aus dem Labyrinth von Nietzsches Schriften, in das er im April 1961 eintritt, findet er bis zu seinem Tod nicht mehr heraus. Wie schon bei früheren Besuchen fühlt er sich in der DDR auf Anhieb wohl. Nach wie vor ist er davon überzeugt, dass sie das bessere System darstellt. Doch solche politischen Bekenntnisse machen nicht mehr den Kern seines Verhältnisses zum real existierenden Sozialismus aus. Die ernste und schlichte Atmosphäre hier tut mir gut, schreibt er Collie während seines zweiten Aufenthalts. Außerdem bin ich sehr vom Klima angetan. Kühl mit ein bisschen Sonne und hin und wieder etwas Regen. Italien kommt mir immer mehr wie ein afrikanisches Land vor. Stell dir vor, meine Magenbeschwerden sind verschwunden, obwohl ich ganz normal esse, ohne irgendwelche Vorsichtsmaßregeln einzuhalten. Ich glaube, dass die Luft in Deutschland und speziell in Weimar wie für mich gemacht ist. Nietzsche, der seine Heimat bekanntlich als Unglücksort für seine Körperfunktionen betrachtete, hätte sich im Grab umgedreht. Auf der Suche nach dem richtigen Klima war er aus Thüringen nach Italien geflüchtet. Sein italienischer Herausgeber geht den umgekehrten Weg. In seinen Berichten aus den frühen 50er Jahren hatte Montinari in der DDR, anders als in der moralisch korrumpierten Bundesrepublik, überall nur Zukunft gesehen. Zehn Jahre später scheinen sich die Gründe für seine Wertschätzung in ihr Gegenteil verkehrt zu haben. Was er in seinen Briefen an Collie nicht oft genug betonen kann, sind die Ruhe und der Ernst von Weimar. Obwohl er sich anfangs selber darüber wundert, dass ihm die Abgeschiedenheit zum Bedürfnis wird, schwelgt er in dem Gefühl, sich an einem Ort zu befinden, der aus der Zeit gefallen ist. Mein Leben hier verläuft in großer Stille und ohne äußere Ereignisse. Geschrieben am 21. August 1961, eine Woche nach Mauerbau. Sicher, um ihren immer fragilen Konsens nicht zu gefährden, erlegt er sich Collie gegenüber politische Zurückhaltung auf. Montinari ist Kommunist, Collie ist zwar ein Antifaschist gewesen, aber kein Linker, sondern eigentlich ein Verächter des Politischen. Und die haben ständig über Politik gestritten, deswegen erlegt sich Montinari da Zurückhaltung auf. Doch gibt es keinen Grund, an der Authentizität seines Eskapismus zu zweifeln. Auch dem inoffiziellen Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit zufolge, der ihn seit 1964 observiert, vermeidet Montinari jedes politische Engagement. Auch wenn ihn Weimar und die Arbeit noch so sehr begeistern, die Toskana mit Thüringen zu vertauschen, ist trotz allem kein leichter Schritt. In den ersten Jahren wird Montinaris Enthusiasmus nur noch von seiner Verzweiflung übertroffen. Während Collie mittlerweile eine siebenköpfige Familie hat, ist er mit Mitte 30 noch immer Junggeselle und schwankt zwischen Deutschland und Italien, zwischen unterschiedlichen Lebensentwürfen, Überzeugungen und Frauengeschichten hin und her. In seinen Briefen an Collie ist von einer beängstigenden Leere die Rede. Er fühlt sich erschöpft und innerlich verloren. Sein Leben kommt ihm verkehrt und schrecklich unsicher vor. Nach seinem Bruch mit dem Marxismus hatte er sich zunächst wieder auf ihr grekophiles Rollenspiel eingelassen und den Älteren als Ideengeber, Lehrer und Mentor akzeptiert. Doch in dem Maß, wie sich die Aktion Nietzsche in sein persönliches Anliegen verwandelt, wächst auch das Bedürfnis, sich von seinem Pädagogo zu emanzipieren. Es gibt einige Dinge, die wir klären müssen, weniger in Bezug auf die Weltanschauung als in Bezug auf das, was ich nötig habe, um der zu werden, der ich bin, deutet Montinari auf Nietzsche anspielend im August 1961 an. Der Umgang mit dem selbstbewussten Collie bestärkt ihn immer wieder in dem Gefühl, keinen eigenen Standpunkt zu besitzen. Oft fühle ich mich unförmig grau wie ohne Knochen. Er klagt über seinen undisziplinierten, schlaffen, faulen, trägen Charakter und träumt von Beständigkeit und innerem Gleichgewicht. An den langen Wochenenden in Weimar, an denen der Lesesaal geschlossen hat, versucht er, die Defizite auf seine Weise zu kompensieren, indem er bilanziert, Rechenschaft ablegt und, wie schon bei früheren Gelegenheiten, systematische Selbsterforschung betreibt. Ich werde schon noch herausfinden, wie ich meine Seele retten kann, schreibt er Collie im Oktober 1963. Der spirituellen Dimension seiner Entzifferungsarbeit ist er sich wohl bewusst. Und tatsächlich, im Zusammenhang gelesen, ergeben seine Briefe und Tagebücher, in denen sich philologische Beobachtungen mit Selbstdiagnosen vermischen, beinahe so etwas wie ein Stück protestantisch-pietistische Bekenntnisliteratur. Am Anfang steht das Erweckungserlebnis, das Montinari im Angesicht von Nietzsches Schriften widerfährt. Es folgen die obligatorischen Krisen, Anfechtungen und Zweifel, die sich von Momenten euphorischer Gewissheit unterbrochen, auch in seinem schmerzhaften, ambivalenten Verhältnis zu Nietzsche manifestieren. Die Auseinandersetzung mit seinem Autor bedeutet für Montinari einen täglich aufs Neue beizuführenden Kampf. Als zimperlicher Ästhet, als Misanthrop und Reaktionär kann Nietzsche ihm schlagartig unerträglich werden, aber nur, um ihn im nächsten Moment wieder umso stärker in seinen Bann zu ziehen. Man könnte ein ganzes Buch darüber schreiben, wie Nietzsche gelesen wurde und wie diese Lektüre ihrerseits zu einem literarisch-philologischen, philosophischen Topos geworden ist, schienen sie doch immer schon mehr als eine nur intellektuelle Tätigkeit zu sein. Das Erlebnis einer seligen Trunkenheit, wie der Lebensreformer Émile Goet kurz vor der Jahrhundertwende seinem Tagebuch anvertraut hatte, eine diffizile Kunst, wie Thomas Mann nach dem Zweiten Weltkrieg schrieb, oder pure Intensität, wie der französische Philosoph Jean-Francois Lyotard in den 70er Jahren erklären sollte. In jedem Fall ein Akt der Befreiung, der Subversion und Überschreitung, der die Grenzen von Philosophie und Dichtung, von Vernunft und Wahnsinn, von Lesen und Leben in Bewegung versetzte. Von dieser Regel macht auch Montinari keine Ausnahme. Nietzsche ist weder ein poetisches Genie noch ein Philosoph, weder ein Moralist noch ein Psychologe, notiert er Ende 1963. Nietzsche ist eine Krankheit. Jedes Wort, jeder Begriff, jeder Versuch von ihm finden in mir ein persönliches Echo. Nietzsche ist ein noch nicht gelöstes Problem und auch ich bin ein noch nicht gelöstes Problem. Sobald ich beschließe, mich mit meiner Krankheit zu beschäftigen, beschäftige ich mich mit seiner und umgekehrt. Es hilft nur eines, die herkulische Arbeit zu absolvieren. Wie ein beflissener Schüler hält Montinari in seinen Briefen an Colli sein Pensum fest. So sieht die Arbeit im Archiv aus. Sieben Stunden täglich, mittags belegte Brote und Tee. In Klammer, ich habe mir in Mailand eine Thermosflasche gekauft, aber so etwas gibt es jetzt auch hier. Heute habe ich nicht einmal 20 Minuten Mittagspause gemacht. Heute habe ich 16 Seiten geschafft. Das alles strengt mich sehr an, aber es ist eine Anstrengung, die ich gerne, ich würde sogar sagen, mit Fanatismus auf mich nehme. Der Gang in den Lesesaal ist Lust und Qual und tägliches Exerzitium, das seinem Leben Stetigkeit verleiht. Im Zustand der Depressionen meldet er Colli aus der Talsohle einer seiner vielen Krisen. Die einzigen Funken von Begeisterung kommen von der Arbeit, von Nietzsche. Das liegt auch daran, dass er das Gefühl hat, dass diese Arbeit immer mehr ihm selbst entspricht. Für mich erweist sich Nietzsche als große Prüfung. Ich weiß nicht, wie ich dir erklären soll, dass diese Arbeit gerade deshalb immer mehr zu meiner Arbeit wird, weil sie so qualvoll ist. Keine Erlösung ohne Leiden. Auch in dieser Hinsicht folgt Montinari dem pietistischen Modell. Dankeschön, Philipp Felsch. Noch einmal mit einer Passage aus seinem Buch »Wie Nietzsche aus der Kälte kam«. Was ich immer wieder verblüffend finde von Nietzsche selbst, ist bis zum Erscheinen des deutschen Lesebuchs, das Stefan Hermlin herausgegeben hat, keine einzige Zeile in der DDR überhaupt erschien. Hermlins deutsches Lesebuch, das ist seine Anthologie, die erschien 1976 im Leipziger Reklamverlag und parallel gab es einen Mitdruck, nennt man das, im Münchner Hansa Verlag. Dieses deutsche Lesebuch hat ein Gedicht publiziert, ein ganzes Gedicht von Nietzsche. Das ist an den Mistral zu einem Zeitpunkt weit nachdem Montinari in Weimar überhaupt angefangen hat zu arbeiten. Es gab also eigentlich kein Interesse der DDR irgendwie an dieser Ausgabe, die da vorbereitet wurde, zu partizipieren. Wissen Sie, wie dieser ganze Aufenthalt von Montinari finanziert wurde? Wovon hat er gelebt? Wer hat dafür bezahlt? Das kann man relativ schnell beantworten. Also man muss tatsächlich sagen, dass das Ganze keine akademische, universitäre Produktion gewesen ist. Collier und Montinari sind überhaupt keine ausgewiesenen Nietzsche-Experten. Also wenn die sich auf irgendwelchen wissenschaftlichen Tagungen blicken lassen in den 60er Jahren, herrscht auch eher Skepsis vor unter den Nietzsche-Experten aus Deutschland und auch aus Frankreich. Und deswegen musste der Markt das finanzieren, also der Buchmarkt. Diese Nietzsche-Edition ist eine Parallelaktion, beziehungsweise es sind drei Parteien beteiligt, drei Verlage, der italienische Adelphi-Verlag. Dann steigt Gallimard in Frankreich ein. Das wird sozusagen simultan auch dann ins Französische übersetzt. Gast-Herausgeber sind Gilles Deleuze und Michel Foucault. Die französischen Philosophen, die damals berühmt werden, es am Anfang aber noch gar nicht sind, als sie da einsteigen, steigen diese Ausgabe. Und dann, last but not least, schließlich auch der Westberliner De Greuter Verlag, der die Rechte an dieser kritischen Nietzsche-Edition in Italien einkaufen muss. Das ist auch so eine Ironie dieser Geschichte. Und man holt sich natürlich auch deswegen immer mehr Verlage ins Boot, weil das Geld so knapp ist. Also Montinari sitzt als pietistischer Nietzsche-Entzifferer in Weimar vor Ort. Kolli kommt ihn jedes Jahr besuchen, ist aber überwiegend in Florenz und managt sozusagen das Backoffice. Das heißt vor allem, er muss Gelder akquirieren. Und das ist also ein Riesenerfolg, als es ihm gelingt, Gallimard eben zu involvieren und später dann auch De Greuter. Das Geld ist aber trotz allem immer ein Riesenproblem. Und natürlich verstärkt das auch nochmal die Abhängigkeit, dieses alte Lehrer-Schüler-Verhältnis. Also Montinari lebt quasi von dem Geld, was Kolli ihm in die DDR schickt. Und das ist dann eben manchmal mehr und manchmal weniger. Und dann lebt er auch mal wochenlang, vor allem am Anfang noch, irgendwie von, weiß ich nicht, Trockenbrot und Eintopf oder so, weil einfach überhaupt kein Geld da ist. Und das entspricht natürlich auch unserem Bild von Philologie. Aber hier ist es fast lustvoll, dieser Schmerz auch erlebt, ein enorm asketisches Projekt über viele Jahre. Man muss ja davon ausgehen, dass Montinari ganz offiziell und unter den Augen von Partei und Regierung in Weimar sich bewegt hat. Wie sah denn sein Alltag aus? Kann man darüber was erzählen? Wissen Sie darüber was? Wolfgang Harig, der in den 80er Jahren den Kampf gegen das, was er als Nietzsche-Renaissance auch in der DDR beobachtete, diesen ganz zarten Tauwind, Nietzsche betreffend, den Kampf dagegen zu seinem Lebensprojekt gemacht hat, der war ja der Meinung, dass es eben ein unverzeihliches Versagen der ostdeutschen Kulturpolitik gewesen sei, wo man schon auf den Schriften des Klassenfeindes Nietzsche saß, dass man sie eben diesen beiden Italienern in die Hände gespielt hat und damit zur Rehabilitation von Nietzsche auch beigetragen hat, zur Entnazifizierung. Das heißt, es gibt starke Kräfte natürlich gegen diese Edition, dass die beiden, dass Montinari über zehn Jahre in Weimar so relativ frei schalten und walten kann, liegt an Helmut Holzhauer nicht zuletzt, also dem Direktor der Forschungsstätten in Weimar, Kommunist, Widerstandskämpfer, also in alle Richtungen ausgewiesen, aber natürlich eben auch ein deutscher Bildungsbürger, wie er im Buche steht, mit großem Faible für Italien. Über Collion Montinari hat Holzhauer dann auch einige Italienreisen machen können. Die beiden sitzen gerne zusammen, rauchen Zigarren, die Montinari mitbringt und reden über die Weimarer Klassik. Also das ist auch ein Projekt, was einer dieser von Uwe Tellkamp geschilderten bildungsbürgerlichen Enklaven in der DDR entspringt. Holzhauer hat das enorm gefördert. Zugleich ist aber auch klar, dass dieses Projekt ein rein inoffizielles ist. Also Montinari hätte niemals sich jetzt in Weimar, so wie wir das hier heute tun, hinstellen können und mal einen Vortrag über Nietzsche oder seine Tätigkeit im Archiv halten können. Es war klar, dass er Stillschweigen bewahrt, obwohl er ab Mitte der 60er Jahre, als er also eine einheimische, Sigrid Olof, geheiratet hatte und in kürzester Zeit vier Kinder bekommen, drei davon Drillinge, war er so eine stadtbekannte Figur, auch in Weimar. Dass der Mann nun an Nietzsche arbeitet, war möglicherweise ein gut gehütetes, aber auch offenes Geheimnis. Und ab Mitte der 60er Jahre, ich habe es schon angedeutet, observiert die Staatssicherheit auch, die schon relativ früh, nicht zuletzt auch aufgrund des internationalen Zulaufes im Goethe- und Schiller-Archiv verschiedene Informanten installiert hatte. Das ist ein, selbst auch ein Philologe, ein Fontanespezialist, der ihn da observiert. Und der ist eigentlich erst mal voller Lob über diesen ehrlichen, aufrechten Genossen. Montinari hat eben nie mit dem Kommunismus komplett gebrochen. Also er versteht sich immer als Linker, auch wenn er eben auf Distanz zur Parteilinie geht. Montinari hätte natürlich nach 1956 auch ein ganz charakteristischer neuer Linker werden können. In Italien beginnt das ja genau wie in Westdeutschland 1956 auch, diese Spaltung von alter, parteinaher Linker und neuer Linker. Und charakteristisch für die neue Linke ist natürlich das Interesse an Theorielektüre und immer höheren Abstraktionslagen. Bei Montinari, und das hat mich eben auch fasziniert, gibt es eine entgegengesetzte Reaktion, er steigt aus dem zumindest offiziell von der Partei verordneten Kommunismus aus und findet dann sozusagen als Fluchtpunkt seiner politischen Ernüchterung diese Idee absoluter philologischer Wahrheit. Also das ist wirklich ein Verfechter der Urtext-Idee, fast so wie ein Bibelphilologe, der also da nach dieser ultimativen Version des Textes sucht und aufgrund der speziellen Situation in Weimar, Stichwort bildungsbürgerliche Enklave, den Rücken freigehalten bekommt. Wir wissen, die Arbeit von Montinari, von Colli und Montinari, muss man ja doch sagen, hat zu der historisch-kritischen Ausgabe geführt. Aber es ist natürlich aus dieser Arbeit noch sehr, sehr, sehr viel mehr entstanden. Und das ist auch ein ganz wichtiger Komplex im Buch von Philipp Felsch. Und was bedeutet denn diese Arbeit für die Nietzsche-Forschung damals? Welche Wirkung hatte die? Man kann sagen, dass Nietzsche im Verlauf des 20. Jahrhunderts eigentlich zwei große Blütezeiten, man könnte ja auch vielleicht von Nietzsche-Kulten sprechen, erlebt hat. Da gibt es einmal den in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, also bis in die 30er Jahre, wo Nietzsche ja enorm viele Anhänger, geradezu jünger hat. Es gibt eine Fülle von Interpretationen, nicht nur in Deutschland, auch in Frankreich, auch in Italien spielt eine ganz große Rolle Nietzsche für den Georgi-Zirkel. Und da gibt es eben viele Ableger. Dieser Kreis um Colli ist ja eigentlich auch fast so eine kleine italienische Version. Es gibt viel Interesse von Nietzsche, von linker, aber dann vor allem auch von rechter Seite. Also das ist dieser sehr komplexe Nietzsche-Kult des frühen 20. Jahrhunderts. Und dann treten wir in die Nachkriegszeit ein. Da herrscht erst mal Stille um Nietzsche. Wir haben darüber gesprochen. Er ist also eine Persona non grata. Und dann gibt es in den 70er, 80er Jahren eine zweite große Nietzsche-Welle, die mit der von Frankreich ausgehenden Postmoderne zusammenfällt. Und für diese Renaissance von Nietzsche, mit der noch in den 60er Jahren in der Bundesrepublik niemand gerechnet hat und die von Frankreich ausgeht und nicht mehr von Deutschland, spielt diese Ausgabe keine unwesentliche Rolle. Das hat zwei Gründe. Ich versuche mich jetzt hier kurz zu fassen. Das wird im Buch natürlich noch etwas weiter ausgefächert, also auch die philosophische Bedeutung dieser Ausgabe. Erstmal kann man ganz einfach sagen, dass die Ausgabe selbst dazu beigetragen hat, also einfach aufgrund ihrer Machart dazu beigetragen hat, dass man Nietzsche jetzt wieder lesen konnte. Und das betrifft vor allem diese bereits erwähnte Studienausgabe, die 1980 herauskommt. Viele von ihnen werden sie kennen. Das sind so, ich glaube, 20 oder 15. 15 schöne Bände, die gibt es in weiß, die gibt es in orange, in so einem Lachs-Rosa, glaube ich auch. Also mit dieser Ausgabe wird Nietzsche 15 Jahre vorher noch vollkommen undenkbar zu einem modernen Taschenbuchautor, also einem Paperback-Writer, wenn Sie so wollen, und findet damit Anschluss an die Lesegewohnheiten und auch an den Theoriediskurs. Wir sind natürlich jetzt in Westdeutschland, wo diese Ausgabe erscheint. Also sich auf einen Nietzsche zu beziehen, der eben die schlechte Ausgabe in den 50er Jahren hatte, dem schon vorgearbeitet, aber jetzt gibt es eben wirklich diese kritische Ausgabe und sie hat diese Taschenbuchform. Sich auf Nietzsche beziehen zu können und nicht mehr in diesen immer noch in Fraktur gesetzten alten Ausgaben des Nietzsche-Archivs, die ja politisch eben auch durchaus zweifelhaft waren, weil man längst wusste, um die politische Ausrichtung der Schwester und so weiter, nicht mehr mit diesen Ausgaben arbeiten zu dürfen, hat Nietzsche für eine ganze Generation von Lesern und Leserinnen überhaupt wieder lesbar gemacht. Das ist das eine. Das andere ist, und jetzt muss ich mich wirklich ganz kurz fassen, dass diese beiden großen Wellen der Nietzsche-Interpretation sich auch ganz eklatant unterscheiden. Also im frühen 20. Jahrhundert bei den Nietzsche-Interpreten, bei den Lesarten von Karl Jaspers, von Karl Löwitt oder auch von Heidegger, da geht es ja immer darum, Nietzsche zu einem respektablen, eigentlich systematischen Philosophen aufzuwerten. Der Autor ist ja erst mal irgendwie ein Zwitter gewesen, so ein weltanschaulicher Autor, aber mit offensichtlich großem philosophischen Gewicht. Diese Interpreten versuchen Nietzsche immer eigentlich in die hohe Philosophie einzugemeinden. Und dann läuft es irgendwie darauf hinaus, so einen nietzscheanischen Gedanken ins Zentrum dieses labyrinthischen Werks zu stellen, sei es jetzt die ewige Wiederkehr bei Karl Löwitt oder sei es der Übermensch oder sei es so ein Zusammenhang aus diesen verschiedenen Ideen oder der Wille zur Macht. Diese Slogans, die man von Nietzsche kennt, Heidegger führt sie dann irgendwie alle zusammen. Die Lesart von Nietzsche in der französischen Postmoderne, von der die Renaissance von Nietzsche dann in den 70er Jahren ausgeht, geht in gewisser Weise in gegenteilige Richtung. Den französischen Nietzsche-Lesern wie Deleuze oder auch Foucault, Derrida, geht es nämlich nicht darum, Nietzsche als ernsthaften Philosophen nochmal zu rehabilitieren, sondern eigentlich zu zeigen, dass Nietzsche die Form der Philosophie selbst gesprengt hat. Dass er also einen Text produziert hat, der überhaupt nicht mehr mit den Kategorien herkömmlicher philosophischer Interpretationen zu fassen ist. Und da stützen sie sich ganz maßgeblich auf die neue Ausgabe von Collier und Montinari, die ab 1967 ja auch in französischer Übersetzung, Gallimard Verlag erscheint, weil in dieser Ausgabe nämlich die Transkription der von Nietzsche hinterlassenen Notizbücher und Collier und Montinari waren die Ersten, die zumindest den Anspruch hatten, diese Notizbücher einfach eins zu eins komplett zu transkribieren. Dieses posthum überlieferte Material, posthumpublizierte Material, rückt ins Zentrum der neuen Nietzsche-Interpretation. Und hier haben wir, und gestatten Sie mir noch diesen letzten Satz, das muss man auch dazu sagen, hier haben wir es jetzt eben mit einem Steinbruch von häufig unverbundenen Fragmenten zu tun, so wie eine Perlenkette. Sind da also tausende von kleinen Textbausteinen aufgereiht und das haben Sie vielleicht auch, kennen Sie, einige von Ihnen werden es kennen, andere werden es schon mal gehört haben. Da vermischen sich also Studien zu, Entwürfe für Nietzsches Aphorismen mit ganz vielen Exzerpen auch aus anderen Büchern. Der Mann hat wahnsinnig viel gelesen, entgegen seiner Beteuerung, dass er aufgrund seiner schlechten Augen gar nicht mehr hätte lesen können. Er hat diese Zitate häufig eigentlich tadelnswert für einen Philologen als Zitate nicht ausgewiesen. Das heißt, lange wusste man gar nicht, dass das teilweise einfach nur Passagen sind, die Nietzsche abgeschrieben hat. Und dann natürlich auch Zugabfahrtszeiten, To-Do-Listen, Einkaufszettel und so weiter. Alles das vermischt sich in diesen Notizbüchern und das gibt den französisch-postmodernen Nietzsche-Interpreten Gelegenheit zu sagen, das ist eigentlich ein Text, der gar keinen Autor im herkömmlichen Sinne mehr hat und das ist eigentlich auch kein Werk mehr im herkömmlichen Sinne, sondern das ist autonom gewordene Sprache. Und die Kategorien des Werkes und eben des Autors zu dekonstruieren, gehörte zu den Kernanliegen der postmodernen Philosophie. Insofern ist diese Nietzsche-Ausgabe, wenn Sie so wollen, eine Möglichkeitsbedingung dieses neuen Denkens, das in den 70er Jahren von Frankreich ausgeht. Ich habe noch zwei Fragen zum Schluss. Nummer eins, der Spion, der aus der Kälte kam, so heißt der Titel bei Jean Le Carré, wie Nietzsche aus der Kälte kam, so heißt Ihr Nietzsche-Buch, Zufall oder Korrespondenz? Das ist eine rhetorische Frage, oder? Natürlich Korrespondenz. Ich fand den Titel einfach sehr passend. Und zwar bei Jean Le Carré geht es ja um das Spannungsfeld des Kalten Krieges. Also da wird ein westlicher Spion aus der DDR, wir sind in den 60er Jahren, diesem Roman, der also enttarnt worden ist, muss zurückgebracht werden. Also das ist diese Metapher, wie da jemand aus der Kälte zurückkommt. Und wir haben es hier nun tatsächlich mit einer Geschichte zu tun, die zu großen Teilen in der DDR spielt. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch die Geschichte der Entnazifizierung Nietzsches, nicht nur durch die neuen französischen Lesarten, sondern auch durch diese Edition. Ich habe es so ein bisschen versucht zu schildern. Und insofern schien mir der Titel auch in dieser Hinsicht einfach sehr passend zu sein, wie Nietzsche also aus der Kälte des Faschismus, wenn Sie so wollen, herausgeholt wird. Das Ganze hat in einer dritten Hinsicht für mich aber auch gut gepasst, weil ich nämlich, als ich den Entschluss fasste, dieses Buch zu schreiben, eigentlich so eine Art Wette mit mir selbst eingegangen bin. Ich wollte nämlich den auf den ersten Blick langweiligsten Stoff der Welt, nämlich die Geschichte der Entstehung einer kritischen, philologischen Ausgabe, so erzählen, wie man einen Thriller erzählt. Und die Frage war, ob mir das gelingen würde. Ob mir das gelungen ist, müssen die Leserinnen und Leser beurteilen, aber der Titel soll zumindest dieses ambitionierte Experiment markieren. und andeuten. Ich danke für die artige Antwort und sage, ist gelungen. Letzte Frage, letzte Frage Nummer zwei. Wie kommt man zu so einem Stoff? Lässt sich das in drei Sätzen sagen oder in vieren? Das kann ich ganz kurz sagen. Wie zu fast allen Stoffen kommt man ja irgendwie auch immer durch Zufall zu so einem Stoff. In meinem Fall war es ein Freund von mir, der in den 80er Jahren, der mir mal erzählt hat, warum er nie einen Doktortitel gemacht hat, obwohl er eigentlich ein sehr ambitionierter Philosophiestudent war. Aber es sind ihm nacheinander drei Doktorväter in Spee quasi unter den Händen weggestorben. Und nachdem der Dritte dann tatsächlich auch gestorben war, hat er dieses Projekt aufgegeben und ist Verlagslektor geworden und war damit, glaube ich, auch viel glücklicher. Aber einer dieser Doktorväter in Spee ist Marzino Montinari gewesen, der 1987 ganz überraschend an einem Herzinfarkt gestorben ist. Und das war der Anlass. Und dann hatte ich dieses Bild im Kopf. Also dieser Freund von mir, der wusste auch gar nicht so viel über diese Geschichte. Der hatte Montinari noch kennengelernt, fand den ungeheuer charismatisch. Also muss ein sehr charismatischer Mensch gewesen sein. Und ich hatte dann dieses Bild im Kopf, dass da also ein italienischer Kommunist im Sommer 1961 von der Toskana in die DDR umzieht, um den Systemfeind Nietzsche zu entziffern und dann zehn Jahre in der DDR bleibt. Und das war einfach ein Bild, in dem sich so viele interessante Phänomene verschlingen, die für diese Zeit, für die Zeit des Kalten Krieges, auch für die intellektuellen Geschichte der Nachkriegszeit irgendwie so bedeutsam sind, und dass mir das nicht aus dem Kopf ging und ich dieser Geschichte nachgehen wollte. Also das war das Bild, von dem dieses Buch seinen Ausgang genommen hat. Wie Nietzsche aus der Kälte kam, das war eine MDR Kulturwerkstatt aus dem Nietzsche Dokumentationszentrum in Naumburg. Zu Gast im Rahmen der philosophischen Abendgespräche war hier der Kulturwissenschaftler Philipp Felsch. Ich bin Katrin Wenzel und bedanke mich ganz herzlich bei Philipp Felsch. Vielen Dank. Sehr gerne. Und natürlich auch bei unseren Gastgebern hier in Naumburg, bei Ralf Eichberg und Katharina Caetano-Darossa und natürlich bei Ihnen fürs Zuhören. Vielen Dank. Guten Abend. MDR Kultur Das Radio Das Radio Das Radio Das Radio Das Radio Untertitelung des ZDF, 2020